Yoga Nidra für Tiefentspannung Bitte liegen auf den Rücken, mit Füßen zusammen, die Hände neben die Hüfte, Daumen und Zeigefinger leicht zusammen und die Augen sanft geschlossen. Langsam atmen durch die Nase, Atem kurz anhalten, ohne Spannung und beim Ausatmen den ganzen Körper tief entspannen. Und bitte nochmal, langsam atmen durch die Nase, Atem anhalten und beim Ausatmen den ganzen Körper tief entspannen, locker lassen. Langsam atmen durch die Nase, Atem anhalten, ohne jegliche Spannung und beim Ausatmen den ganzen Körper komplett locker lassen. Überall entspannen. Und jetzt bitte Konzentration auf die Füße, rechts und links gleich. Beide Füße entspannen, locker lassen. Denken an die Fußgelenke, rechts und links gleich und in dieser Stelle tief entspannen. Konzentration an die Waden, und hier tief entspannen. Locker lassen. Denken an die Knie, rechts und links gleich und in dieser Stelle tief entspannen. Beide Knie. Beide Knie. Denken an die obere Schenkel, und in der obere Schenkel, komplett locker lassen. Tief entspannen. Konzentration an das Beckenbereich und in dieser Stelle tief entspannen. Beide Knie. Komplett locker lassen. Denken an die Poabarken, Gluteus Maximus, und in dieser Stelle tief locker lassen. Entspannen. Konzentration am Bauch und hier tief entspannen. Denken an den Solarplexus, und in dieser Stelle tief locker lassen. Und jetzt die Rippen von oben zur Seite bis ganz hinten tief entspannen. Konzentration an den Brust und die Lungen. Und hier tief entspannen. Ganz, ganz tief. Und jetzt denken an die untere Rücken und in dieser Stelle tief entspannen. Und jetzt in der mittlere Rücken und in dieser Stelle tief locker lassen. Entspannen. Und jetzt denken an die Schulterblätter, rechts und links gleich, und hier tief entspannen. Konzentration an die Schulterblätter, und rechts und links. Tief locker lassen. Entspannung. Denken an die Biceps und Triceps. Tief entspannen. Tief locker lassen. Tief locker lassen. Tief locker lassen. Die Muskulaturen der unteren Arme, rechts und links gleich, komplett locker lassen. Denk an die Handgelenke und entspannen. Denk an die Hand und alle Finger und Handfläche und locker lassen. Konzentration an Nacken und Hals und Entspannen. Alle gewiss muskulatur. Komplett ohnelegliche Mimik tief entspannen. Ganz, ganz oben im Kopf und im Gehirn komplett locker lassen. Und jetzt das gesamte Körper von oben bis unten. Ein sanftes, langsames Einatmen und beim Ausatmen den ganzen Körper komplett entspannen. Ganz, ganz tief. Und jetzt bleib sehr ruhig, sehr still. Mit dem ganzen Körper ganz, ganz entspannt. Und in Gedanken wiederholen die Worte Frieden. Harmonie Wahlbefinden Frieden Harmonie Wohlbefinden Frieden 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 Friedl Frieden 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 Müll